Ich grüße dich von ganzem Herzen. Schön, dass du hierher gefunden hast. Mein Name ist Philipp und ich bin jetzt inzwischen sechs, sieben Jahre mit der Einweihungslehre von Omra Mikhail Ivanov unterwegs. Bin zu Beginn über die Bücher gestolpert und war direkt ziemlich angetan von diesen Worten des Meisters. Und ja, über die Jahre hinweg hat sich das zu einem regelrechten Feuer in mir entfacht. Und meine Begeisterung gegenüber der Lehre ist schier unermesslich. Ich habe erkannt, welches Gold, welches Licht, welcher Schatz da drin verborgen liegt. Und ja, dann habe ich also einige Jahre die Bücher gelesen und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, da sind noch andere, die ebenfalls diese Bücher lesen und eine ganze Gemeinschaft, eine Organisation, ein Verein, der dahinter steht. Und über diese Verbindung habe ich inzwischen wundervolle neue Freundschaften geknüpft und Gleichgesinnte getroffen, mit denen ich für das Reich Gottes am Ende des Tages hier arbeiten kann. Und wenn du also auch diese Sehnsucht in dir verspürst, wenn du den Wunsch hast, für was Größeres, für was Sinnvolles zu wirken, dann kann ich dir von ganzem Herzen empfehlen, hier auch mit dabei zu sein, vielleicht mal einen Blick zu werfen auf die Tagesgedanken, auf die Bücher von Omra Mikhail Ivanov oder einfach direkt mal zu einem dieser Treffen hier zu kommen, auf welchem ich mich jetzt gerade auch befinde und ich kann es wirklich nur sehr empfehlen, diese herzliche Atmosphäre einfach sich mit Menschen austauschen zu können, die genau wissen, was so in einem vor sich geht und die dir sogar auch helfen können, weil sie womöglich schon seit 10, 20, 30 Jahren sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und ja, sehr gerne mit dabei, dann lernen wir uns vielleicht auch kennen. Ich würde mich freuen und bis dahin, alles Gute. Ich würde mich freuen und bis dahin, alles Gute.